In Anstatt die Stadt Nr. 5, Max Hansen, dann mit dem grünen Helm, der Städte voll auf die Stadt Nr. 9, ganz außen, wer sich anschweißen, die Stadt Nr. 2, Tobi Fisch. Und 8,5 Minuten sind noch auf der Ruhr, wo der Stadt Nr. 4, 2, Tobi Fisch, Punktwesten, der im Finale alle Punkte hier fahren werden und zählt für die Endabrechnung. Nr. 5, 3, Tobi Fisch. der Laufsicht endet in die Freizeitagung dann haben wir uns sicher in der Finale von Juli Uso am Ende und die Sieg hier bei der Rage aufgenommen also die Maxigart der E-Zürde-Vermann von Heiden die Kreisertalzieher auf die Heidenegel die Kreisertalzieher und die Kreisertalzieher Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020